Potenzen mit rationalen Hochzahlen. Beginnen wir mit drei Beispielen. Gibt man dem Taschenrechner 4 hoch 3 halbe ein, so findet er 8. Überprüfen wir das zuerst mit dem Taschenrechner. Wir geben ein 4, die Hochtaste ist diese hoch und die Hochzahl soll jetzt ein Bruch sein. Also tippen wir hier auf die Bruchtaste. Oben geben wir 3 ein. Mit dem Kursochtaste nach unten können wir als Nenner 2 eingeben. Und effektiv findet der Taschenrechner da 8. Wie ist denn eine Zahl hoch eine rationale Zahl definiert? 4 hoch 3 halbe wird definiert als 4 hoch 3, wovon man die zweite Wurzel sucht. Die zweite Wurzel ist die Quadratwurzel. Die 2 schreibt man also dann oben üblicherweise nicht. 4 hoch 3 ergibt 64 und die Quadratwurzel von 64 ist effektiv 8. Schauen wir noch ein Beispiel. 81 hoch 0,25. 0,25 ist eine rationale Zahl. Sie beträgt ja ein Viertel. Also steht da 81 hoch 1 Viertel. Rationale Hochzahl. Genau wie da oben machen wir daraus 81 hoch 1, die man nicht schreibt. Vierte Wurzel. Und die vierte Wurzel aus 81, das macht 3. Ein nächstes Beispiel. 16 hoch eine negative rationale Zahl. Zuerst einmal schreiben wir, dass das 16 hoch minus 4 Fünftel ist. 1,25 das ist 4 Fünftel. Genau wie bei ganzen Hochzahlen ändert jetzt die Potenz von Etage, indem der Exponent das Vorzeichen ändert. Und jetzt haben wir 16 hoch ein Bruch. Ähnlich wie da oben wird das also berechnet durch 16 hoch 5, wovon man die vierte Wurzel berechnet. 16 hoch 5 werden wir wegen dem Wurzelindex 4 noch zerlegen in 16 hoch 4 mal 16 hoch 1. Und das ist jetzt die vierte Wurzel vom Produkt. Das ergibt das Produkt der vierten Wurzeln. Vierte Wurzel aus 16 hoch 4 macht 16. Bleibt noch die vierte Wurzel aus 16 und die ergibt 2. 16 mal 2 gleich 32. Definieren wir jetzt eine Potenz mit rationaler Hochzahl. Definition. Für egal welche positive reelle Zahl a und für egal welche zwei natürliche Zahl m und n, aber jeweils verschieden von 0, gilt a hoch m auf n gleich a hoch m, wovon man die n-te Wurzel berechnet. Und hier mit negativen Hochzahlen. Wenn die Hochzahl ein Bruch ist, so gilt a hoch minus Bruch gleich 1 geteilt durch a hoch Bruch. Also die ganze Potenz wird von oben nach unten gesetzt. Ich nenne das gerne eine Potenz ändert von Etage, indem der Exponent das Vorzeichen ändert. Denn das geht auch von unten nach oben. Diese Potenz ändert von Etage, indem der Exponent das Vorzeichen ändert. Eigenschaften zu solchen Potenzen mit rationalen Hochzahlen. Wir erinnern uns an die Eigenschaften der Potenzen mit natürlichen Hochzahlen. Das hatten wir schon erweitern können mit Potenzen mit ganzen Hochzahlen. Und jetzt können wir das auch noch erweitern, indem die Hochzahlen rational sind. Das heißt, genau dieselben Eigenschaften bleiben gültig, wenn die Hochzahlen rational sind. Vergessen wir nicht unsere schöne Eigenschaft, dass a hoch p geteilt durch a hoch q dasselbe ist wie a hoch p minus q, auch wenn p und q Brüche sind. Jetzt kommen wir nochmal auf unsere drei Beispiele zurück. Es werden die drei selben sein. Aber jetzt rechnen wir das hier nicht mehr nur anhand der Definition, sondern auch anhand der Eigenschaften von Potenzen mit rationalen Hochzahlen. 4 hoch 3 halbe. Die 4, die da steht als Basis, ist dasselbe wie 2 hoch 2. Verwandeln wir schon mal die 4 in 2 hoch 2. Da die Exponenten hier miteinander multipliziert werden durch diese Formel, ergibt diese Zahl 2 hoch 2 mal 3 halbe. Und 2 mal 3 halbe, das macht 3, somit erhalten wir 2 hoch 3 und das ergibt 8. Bei dieser Rechnung haben wir nicht mit Wurzeln rechnen müssen. Hier genügt es, die Eigenschaften anzuwenden, die wir ja schon längst kennen. Im zweiten Beispiel machen wir ähnliches, und zwar die 81, die da steht, das ist ja 3 hoch 4 und der Exponent ist 1 Viertel. Also steht da 3 hoch 4 hoch 1 Viertel. Wieder durch diese Eigenschaft der Potenzen dürfen wir die Exponenten miteinander multiplizieren und 4 mal 1 Viertel, das macht 1. 3 hoch 1 ist 3. Auch so konnten wir Wurzelrechnungen umgehen. Ähnliches machen wir hier, 16 hoch minus 1,25, das ist 1 geteilt durch 16 hoch 1,25. Nochmal, die Potenz ändert die Etage, indem der Exponent das Vorzeichen ändert. Wir benutzen dazu diese Formel. 16 ist dasselbe wie 2 hoch 4 und 1,25, das sind 5 Viertel. Also dürfen wir das umschreiben in 16, 2 hoch 4, 1,25, 5 Viertel. Schon wieder durch diese Eigenschaft hier werden die Exponenten miteinander multipliziert. Also ergibt das 2 hoch 4 mal 5 Viertel im Nenner. 4 mal 5 Viertel, das macht 5. Also steht als Nenner 2 hoch 5 da und 2 hoch 5, das macht 32. 30. Wie man es jetzt berechnet, ob man das mit Wurzeln macht, oder ob man das mit den Eigenschaften der Potenzen, mit rationalen Zahlen macht, das bleibt einem überlassen. Das macht jeder, wie er möchte. 3 bis 5 Viertel. 4 taste 1,5. 4, 3 bis 5 Viertel. 5, 4 bis 5, 5. 6 bis 8.